Wir stehen halt einfach nur rum. Redet miteinander. Macht was. Spielt Fußball. Was geht Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir The Red Stare. Ich habe mich schon immer gefragt, wie sehr kenne ich eigentlich meine Nachbarn. In diesem Spiel habe ich die Möglichkeit als Agent im Jahre 1950 meine Nachbarn zu observieren, um letztendlich einen Mord aufzuhalten. Ich bin mal gespannt, ob ich diese Rolle gewachsen bin. Ich kann mir vorstellen, das wird nicht einfach, aber ich hoffe ihr seid dabei und los geht's. So, wir sind jetzt, schätze ich mal, im Menü. Bisschen merkwürdig, hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht ist man auch einfach im Menü. Was wir hier so haben, kann man nicht anfassen, kann auch nicht anfassen. Oh, tippen kann ich. Ohne Papier macht das keinen Sinn. Wir haben hier unsere Kamera, die wir dann später brauchen. Haben wir schon. Oh, das sieht da mal richtig gut aus. Direkt auf Instagram. Instagram. Wir können Pizza bestellen. Ein Radio. Bisschen leiser, aber ein bisschen Hintergrundmusik ist auch nicht schlecht. Also, willkommen bei The Red Stair. In der sagenumwobenen Welt des Dorfens. Oh ja, die Musik gefällt mir. Pick your assignment, fax it with the red button. Okay. Wir nehmen... Wir nehmen... Rot oder Blau? Oh, typische Matrix-Frage. Rote oder blaue Pille? Also, meine Theorie ist ja, wenn die Welt nicht echt ist und alles nur die Matrix ist, wüsste es ja, dass Rot meine Lieblingsfarbe ist. Deswegen muss ich ja eigentlich Blau nehmen, um die Wahrheit zu erfahren. Versteht ihr? Deswegen machen wir das. So. Okay. Nein mit. Ah, nein mit. Und... Zack. Okay. Hohi hoch. Ja bitte? It's the boss. The boss. The boss. The boss. There's plenty of work to be done. As you can probably tell just from looking out the window. You're right in the middle of the commis threat. See all that filth painted over the window? That's the apartment of Joseph Reigns. Republican Big Shot. He's been against a death threat from communist sympathizers lately. And this is the latest. We need you to find out who's behind it on his secure Raynons safety. First things first. Grab the camera off the desk and take a picture of the paint on Raynons window doors. Or if you got that, faxed juice. Just stick the picture right in and press the button on the right. Get the power off the door. We need to get it. We need to be done. We need to find out who's behind. We need to find out who's behind. We need to be done. fucking Corp. Hier. Ich darf das. Ich darf es noch. Müssen Licht ausmachen. Ja, okay. Strom sparen. Wir haben unsere Tafel. Aha. Und wie das Haus aufgebaut ist. Selbsterklärend, oder? Stockwerke. Ne, Abteilen. Genau. Und dann habe ich hier quasi noch ein bisschen um ein paar kleine Infos zu machen. Perfekt. Okay. Fangen wir an. Fangen wir an. Ah, die Crew. Sieht ganz schön nett aus. Vor allem sie. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Ja, okay. So. Suspect Info. This contains basic information on suspects. Organize the apartment. They have it. Most people share a room, but live only in one half. Pull down the drawing on the blackboard for more information. Haben wir gemacht. Apartment 1. Okay, wenn wir mal alle durchstehen. Hier. Left side ist Lorenzo und Box ist left side. Ah, okay. Ah, okay. Da lebt Lorenzo. Und da lebt Box. Und in der Mitte Kief. Joseph wohnt alleine. Und bla bla und bla bla und bla bla und bla bla. Ja, okay. Das heißt, wir müssen die jetzt erstmal irgendwie... Fuck. Fuck. Erstmal irgendwie auseinanderhalten. Oh Mann ey. Warte, ich hab ne Idee. Gleich wieder da. So. Ich hab mir einen kleinen Schemel geholt. Denn ein wahrer Stalker, ich mein Agent. Musste ich es auch ein bisschen bequem machen. Perfekt. Ha, es funktioniert. Ich hab früher auch einen Zippo gehabt. Und dann auch immer... Das war auf und zu geklippt. Weil ich cool war. Okay. Äh. Okay. Schau. Geh. Aus. Fuck. Ja. Ja, so fühlt es sich an zu rauchen, nicht professionell, aber... Sieh aus! Scheiße! Genau so! Und? Schon wieder aus! Was ist das für eine Marke? Doggy Strikes, rauchen scheiße! Diese Zigarettenindustrie immer, sie lässt mich nicht los. Also, wir haben hier unsere Kamera und da würde ich jetzt einfach mal... Ah, hier können wir zoomen... die Leute fotografieren, wenn die schon in ihren Häusern sind. Ansonsten müssen wir warten, dass wir die einordnen können, würde ich sagen. Dann machen wir... Wie war die Anordnung? Wir machen das systematisch! Jetzt machen wir erstmal Fotos. Da haben wir einen! So, das ist Joseph. Joseph wohnt alleine. Ist das richtig? Joseph ist alleine, ja. Weil ich muss da herausfinden wahrscheinlich, wer gestorben ist. Wenn ich die nicht unterscheiden kann, dann bringt das mir auch nichts. Lass uns mal warten, bis wir in den Häusern gehen. Ja! Typischer Stalker! Tätigkeit! Irgendwas zum Essen? Ich hab Hunger! Es ist mittlerweile Nacht. Zumindest wissen wir, dass alles keine Stubenhocker sind. Außer du! Wo ist mein Zeigefinger? Kein Zeigefinger? Außer du, Joseph! Du bist ein verfluchter Stubenhocker! Okay! Wir haben hier unten... Dann haben wir so... Larry! Oben drüber... haben wir... Harvey! Dann da hinten... Oh! Ist das ein Hammer? Ich dachte gerade ein Baseballschläger Dildo. Lorenzo! Lorenzo! Wo ist der Rest? Na, da unten sind noch welche. Sie mag es, im Müll zu stehen. Dies girl ist an Müll! Okay. Dann können wir schon mal ein paar Einteilungen machen. Ich hab keine Ahnung, wie ich die Einteilung machen soll. Ich mach das jetzt einfach sporadisch. Sporadisch ist auch so ein komisches Wort. Fünf. Oh Gott, was war das für eine wackliche Fünf? Sechs. Wie viel da sind's? Drei, vier. Schon jemand? Eins. Zwei. Drei. 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 Vier. Genau. Es fehlen halt noch ein paar. Warten, wir haben... 1 Uhr morgen. Es sind immer noch nicht zu Hause. Ist Wochenende oder was? ich bin halt in einem Club. Ist nicht Corona-konform. Na gut. Na dann noch ein bisschen. Und dann beginnen wir die Mission. Oh, da geht jemand rein. Es ist 6 Uhr und keiner ist heimgekommen. Es ist 6 Uhr und ich da allein hier raus. Oh, da ist Bewegung. Warum gehen jetzt alle raus? Toll. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach die Mission. Ein paar Indizien haben wir schon. Wir können die auch einigermaßen identifizieren. Zumindest 4 von den Leuten. Also, los. Ich meine, los. Danke, dass du deine Use-Defax benutzen kannst. Bitte kenne 48112 für eine Frage. Okay. Afternoon, Agent 626. Es ist der Boss. Wir haben noch nicht gespeichert. Es ist viel Arbeit, es ist viel Arbeit zu tun. Wie du sicher kannst, nur von mir aus der Wunschung. Du bist gerade in der Mitte der Kommi-Krise. Siehst du all die Filme, die über die Wunschung? Das ist der Apartment von Joseph Reigns. Republikan Big Shot. Sie sind von der Kommunist-Sympathisern. Und das ist die Wunschung. Wir brauchen Sie, um zu wissen, wer ist dahin. Was? Was soll ich machen? Hallo? Ja, ja. Ja, jetzt genau zuhören. Oh, sieht die mich? Okay, ich schätze, also so wie ich es verstanden habe, muss ich jetzt ein Foto von dem Widerstands-Sovjet-Sovjetischen Foto machen. So, Paint Tag. So, das schicken wir dem Boss. Und rot. Meine Marke. Ja, bitte? Okay. Alles, was ich merkwürdig finde. Ich finde schon die ganze Zeit merkwürdig, dass Tante Emma hier die ganze Zeit im Müll steht. Die Doreen da. Doreen, das wird weggeschickt. Das ist sehr, sehr suspekt. Ja, die steht halt die ganze Zeit im Müll. Die ist die ganze Zeit im Müll. Wie war das? Jeder Mensch hat das Recht auf Verwahrlosigkeit. Du bist verwahrlost, Doreen. Okay, was ist noch suspicious? Die sind alle irgendwie suspicious. Dass da Fußabdrücke sind, ist suspicious. Toll, das sieht man gar nicht. Footprints. Ja, Fußabdrücke. Das sieht man doch. Lass die das nicht sehen. Okay. Aha. Okay. Ah. Haa. Ah. 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 Ja, so raucht man. Sieht komisch aus, deswegen lasst du es lieber gleich. Scheiße. Okay, was ist noch suspicious? Oh, die Farbe. Ja, das ist kein Blut. Natürlich, das ist kein Blut, das ist Farbe. Okay. Niemand ist durch die Farbe drüber gelaufen. Jop. Jop. Mhm. Ich denke, ich weiß, wo die Soul ist, basiert auf dem Label von Cannes. Ich sende einige Agenten, um sofort zu investigieren. Die Bilder, die du uns sendest, helfen uns sehr, wenn es Zeit um dieses Puzzle zusammenzubringen. In der meantime, wir haben ein paar neue Intelligenz und können Fax-Cupen. Press den linken Button auf der Fax-Machchine, um es zu bekommen. Gib es eine gute Reise, und benutze es, um uns zu finden, etwas mehr definierter Ebenen. Once du hast genug Proof, wir wissen für sicher, wer der Kumpel ist. Okay. Blau. Oh, du Scheiße. Es kommt viel. Ah, okay. Case Reynolds. On March 2022, a communist tag was painted on politician Jay Reynolds' Apartment window. Ja. Hä? Der heißt doch... Oh, der heißt die Straße. Also, Reynolds. Nee. Das ist doch Joseph's Apartment. Ach so. Nachname. Ja. Oh. Oh. One day before the crime, it was reported that a 16 feet ladder has been stolen from the construction site on Baker Street. The Oversea says that entering the... Wow. Warum geht das so schnell jetzt? Weiß ich nicht. Entering a site is only permitted by workers. That night a civilian also reported seen a suspicious looking man wearing a ladder jacket carrying a ladder at 3 p.m. Also. Working site. Oh my God. Da ist ein Sicherheitshelm. 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 Da ist ein Sicherheitshelm. Gehört zur Working site. Aber einer mit Lederjacke. Der hat eine Lederjacke. Wohnt der? Nee, das ist Harvey. Larry. Was ist das? Das auch? Das ist ein Hut. Okay. Einer von euch. Einer von euch. Hat eine Leiter geklaut. Eine lange Leiter. Okay. Um 3 Uhr. Um 3 Uhr. 3 Uhr schon. Nee, 3 Uhr kommt noch. Jetzt noch mal kurz durch. Der Oversea says that entering the site is only permitted by workers. That night a civilian also reported seen a suspicious walking looking man wearing a ladder jacket Carrying a ladder at 3 p.m. Okay. I don't get it. Na, ich muss jetzt glaube ich einfach warten. Der wird jetzt wohl nicht ein zweites Mal mit der Leiter rumlaufen. Also ich könnte mal ein Foto von dem machen. Hardhead. Das schicken wir dem Boss. Was er dazu sagt. Jo. Looks like you found us a construction worker. Mhm. Good start. Keep up the good work. Danke, Danke. Äh, Pizza wär nicht schlecht, gell? Okay. Das war schon mal richtig. Aber bis jetzt ist noch kein Mord passiert. Mal damit einen roten Silettus geht rein. Mal gucken wo sie rein geht. Die geht hoch. Die geht auf dem Balkon wahrscheinlich. Ja. Beatrice ist auf dem Balkon. Warum ist sie auf dem Balkon? Hat sie die Berechtigung dazu? Jo. Okay. Ich fotografiere jetzt. Ich verdächtige jetzt einfach den mit der Lederjacke jetzt erstmal. Lederjacke. Ja. Der Larry. Der Larry. Hat er diese Scheinbar. Ja, der hat Lederjacke an. Ja, ja. Ihm. Der Larry. Der Larry. Ich weiß nicht, dass er in der Welt ist. Okay. Okay. So, Larry. Bin ich auf blau gegangen? Oh, es tut mir aber leide. Geht alles in den Müllraum. So, Larry. 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 Ah, da. Larry. 5. Larry wohnt... Larry haben wir schon. Okay. Larry wohnt in 5. Okay. Ich glaube, ich habe es. Denn, wie ich vermutet habe, hier ist auch etwas. Das ist auch ein... Ist das in einem Schrank drin? Eine Vitrine? Ich weiß es nicht. Aber wir machen mal... Hard Head. Das heißt, er hat auch ein Hard Head, obwohl er kein Mitarbeiter ist. Von der Working Side. Du denkst dann das gleiche als ich denke. Ja. Das ist eine sehr solidere Verbindung. Gute Arbeit. Ja, ich bin jetzt. Okay. Okay. Ja? Ja? Okay. Tschüss. Hab dich auch lieb. Also, ich glaub, ein Mord passiert hier nicht. Hier wird einfach Vandalismus, werde ich hier gecheckt. Und ich dachte, ich mach was Spannendes. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt ja noch was. Oh, kurz. Licht an. So. Receipt. 1G Red Paint Can. Haben wir da hinten. Doggy Strike. Hört sich komisch an. Zigaretten hat er gekauft. Doggy Strike. Was ist ein Doggy Strike? Curved Claw Hammer. Blau. Da. Aber was hat er damit zu tun? Was hat er damit zu tun? Lorenzo. Und? Okay. Okay, das war's nicht. Das war's nicht. Äh. Mhm. 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 Ich glaube, das war mein Fehler. Ich habe nicht den Hammer fotografiert. So, jetzt gesehen, ja eben. Äh, Lorenzo. So, Lorenzo Boggs ist Johnson's little partner in crime. Nice job, 626. We're gonna continue to wiretap Johnson's phone and I'll call you back as soon as I get something. So, look at the clock or whatever. They say it makes time for my bite. Okay. Okay. Oh, ich dachte, der ruft jetzt gleich nochmal an. So, Lorenzo Boggs ist Johnson's little partner in crime. Jaja. Danke, danke. Okay. 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 Also, ich soll die Uhr manipulieren. Ach so, wenn ich die Uhr anschaue, geht's schneller. Ja. Okay. Ach so. Sehr cool. Yo. Johnson and Boggs could not be the ones to come up with a plan to target Reynolds and his Republican body. We have a lead on who their leader could be. We have been looking for a Russian mole for some time now. But he is gone under Hyden. Changed his name and appearance. We think that this is the same guy, but under a different identity. A year ago, we were following him around and I've still got a report on him that I'll fax you. Check the fax and I'll call you back. All right. So, what we also know is Dave stop by joking around. Larry got a call from a person telling him that the plan will be executed tonight. We fear that Wainro's life is in real danger tonight, even though this is a critically Es ist eine sehr gefährliche Situation. Es ist immer noch eine Möglichkeit für dich zu herausfinden, wer der Moll ist. Du hast nicht viel Zeit, Agent. Wenn du herausfinden willst, wer der Moll ist, bevor du ihn streichen kannst, haben wir ihn bekommen, bevor du keine realen Schmerzen machst. Glückwunsch! Immerhin tolle Musik. Hm... Zack! Komm, Taube, komm! Ich spüre es. Gleich passiert irgendwas. Na komm schon... Es passiert rein gar nichts. Okay, das ist suspicious. Was machen die da zu dritt? Das ist normal? Das ist niemals normal. Das sind bestimmt Satanisten. Nach ein glässend Ritual. Und sie ist immer noch im Müll. Das ist wahrscheinlich die Anführung der Satanisten. Okay. Okay. So what we also know is that Dave stopped joking around. Larry's got a call from a person, telling him that the plan will be executed tonight. We fear that Reynos life is in real danger tonight. Even though this is a critically dangerous situation. It's still an opportunity for you to figure out who the Moll is. You haven't got a lot of time, Agent. If you find out where the Moll is before he can strike. We've got him before he can do any real damage. Good luck. Habe ich richtig verstanden? Ich muss das Licht anmachen, damit mein Kontaktmann weiß, dass der Coop jetzt startet. Number one Und? Tut sich was? Was macht die da in der Wohnung? Die wohnt da gar nicht. Beatrice wohnt da nicht. Beatrice ist ein Spion. Nicht? Okay. Interessiert dich nicht? Sonst interessiert dich auch jeder Scheiß. Was ist das mit ihm? Hector. Also irgendwie passiert hier gar nichts. Remember that all members of a family must go together at a time like this. Also wenn jetzt nicht gleich was passiert, dann check ich's nicht. Die stehen halt einfach nur rum. Redet miteinander. Macht was. Spielt Fußball. Ich komme mir vor wie so ein grantiger Opa, der eigentlich das Gegenteil behauptet. Der eigentlich nur seine Ruhe haben möchte. Und ich möchte, dass sie spielen. Ja, es wird Zeit, dass Corona endlich vorbei ist. Ja, gut, aber... Ich werde beim nächsten Mal... Ich denke mal eine zweite Folge wird es geben. Dem Rätsel näher kommen. Müssen recherchieren? Meine Informanten befragen? Das ist doch... Das ist doch suspekt. So viele Menschen... Eine Taube? Das Spiel hat die falsche Definition von Tauben. Flieg. Okay. Ups. Gut. Abzuatmen. Wie ist denn das Fazit? Was sagt ihr? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir haben jetzt nicht viel erreicht. Nicht mal den Straftätigen, der diese Malerei, dieses schundhafte Symbol an diesem wunderschönen Gebäude verewigt hat, gefunden. Aber alle waren irgendwie suspicious. Ich muss mal mehr Informationen sammeln und mal gucken, wie wir weiterkommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke mal, ich werde beim nächsten Mal ein bisschen mehr erreichen. Und dann schauen wir, dass wir eine gute Ergänzung, dass der Boss uns vielleicht endlich mal ein bisschen Pizza vorbeibringt. Oh, mein Magenknutsch langsam. Beim nächsten Mal mehr essen. Vor dem Auftrag. In diesem Sinne, euer Enor Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.